Herzlich Willkommen zu einer neuen Übung von WePlay Handball & Sports Athletic. Heute geht es mehr um den Fokus der Hüfte, für Hüftmobilisierung und vor allem was auch fürs Handball wichtig ist, dass wir hier eine belastbare und mobile Hüfte haben. Braucht es nur einen Stuhl oder irgendeine Unterlage zum Festhalten und geht es jetzt hier in eine Standwaage. Und jetzt ist hier wichtig, die Drehung findet aus der rechten Hüfte statt, dass wir hier aufdrehen und wieder eindrehen. Das heißt, der Fuß dreht sich um 90 Grad nach innen und wieder nach außen. Und hier geht es vor allem auch erstmal um die Ansteuerung und nehmt es am Anfang ruhig gerne auch im Spiegel, um zu sehen, wie sehr ihr in der Horizontalen seid. Beide Seiten natürlich und das Ganze ruhig für 15 Wiederholungen am Stück. Wenn ihr weitere Übungen wollt, bleibt hier auf WePlay Handball und für ganze Athletiktrainingspläne ladet euch die Handball-App auf der Webseite sports-athletic.com runter. Hinterlasst uns einen Kommentar, wir freuen uns drauf. Hüfte Platz Hüfte Platz Hüfte Platz